Hallo und herzlich willkommen, mich hier zu diesem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ich war nämlich vor ein paar Tagen im Lego Store Lyon, welcher ziemlich schön ist. Wenn man den Laden betritt, kann man direkt den ganzen Store erfassen, welcher bei mir um 9.30 Uhr noch nicht allzu gut besucht war. Auf der rechten Seite erwartete einen dann direkt die Star Wars Abteilung, welche für mich persönlich natürlich die wichtigste ist. Neben so gut wie dem gesamten aktuellen Sortiment waren tatsächlich auch noch ein paar EOL-Sets dabei und auch die Oktoberneuheiten waren reichlich vertreten. Ansonsten war der Store noch im eher älteren Stil gehalten, mit den Vitrinen eingebaut in den Regalen und der Pick-a-Brick-Wand hinter dem Tresen. Bevor wir aber zu dieser kommen, gab es natürlich auch noch Sets aller anderen Themenwelten zu kaufen. Dazu waren die großen Sets nicht nur im Lager, sondern auch im eigentlichen Store reichlich vertreten und diese schöne R2-D2-Statue war ebenfalls noch aufgestellt. Außerdem war die neue Marvel-Minifiguren-Serie ausgestellt und was mich ein wenig überrascht hat, war, dass es weder eine Minifigur-Factory noch einen Mosaik-Maker gab. Ein weiteres Highlight ist aber natürlich immer die eben erwähnte Pick-a-Brick-Wand, welche sich hinter der Kasse befindet. Neben den ganz normalen Basic-Steinen gab es leider kaum welche in Tan und Dark Tan, weshalb ich mir diesmal keinen Pick-a-Brick-Becher gekauft habe. Anders als mittlerweile so gut wie allen anderen Stores waren nämlich leider noch keine Pick-a-Brick-Boxen vorhanden. Was davon man jetzt genau besser findet, ist natürlich immer individuell, wobei ich persönlich die Boxen deutlich lieber mag, denn trotz desselben Preises passen in diese mehr Steine rein. Am Ende könnt ihr euch jetzt auch noch meinen aktuellen Besuch im Lego-Store Köln angucken und abonniert auch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Vlogs mehr zu verpassen. In diesen werde ich euch wahrscheinlich auch bald den Lego-Store in Las Vegas vorstellen, auch wenn das noch nicht zu 100% feststeht. Jetzt hoffe ich natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss!